Musik Hallo zusammen, heute bin ich wieder auf Hof Dinkelberg, um euch einmal zu zeigen, wie unser Weiderind, das wir ab und zu anbieten, eigentlich so den Tag verbringt. Hinter mir könnt ihr eine kleine Herde sehen, der Hof Dinkelberg-Rinder, die eigentlich immer hier draußen sind, das ganze Jahr. Sie haben eine riesige Wiese, die sich bis in die kleinen Wellchen dort hinten erstreckt, wo sie tatsächlich jeden Tag ihre Runde drehen. Sie haben also wirklich sehr, sehr viel Auslauf, genauso wie es sich für ein Rind eigentlich gehört. Wie ihr also seht, viel besser kann es unseren Rindern eigentlich nicht gehen. Ja, soweit so gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, soweit so gut, bis zum nächsten Mal.